Ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl. Damals in Wolfsburg hatte ich das auch schon. Ich glaube, hier sind wir noch einen Schritt weiter gekommen, vor allem mit der Qualifizierung der Projekte, mit der Vernetzung der Projekte untereinander. Ich habe viel Feedback bekommen von den Projekten, die alle begeistert waren, wo ich noch Potenzial sehe. Das ist die Vernetzung mit dem Unternehmerbereich, mit dem Spender- und Fördererbereich. Da muss ich mir selber auch vorwerfen, dass ich das vielleicht zu optimistisch eingeschätzt hatte mit der Teilnahme von viel, viel mehr. Denn ich hatte über 100 angeschrieben, von denen ich weiß, dass sie alle dazu in der Lage wären. Und ich hatte mit etwas mehr Präsenz gerechnet.